ARD Text im Auftrag von Funk 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 Hier ist noch nichts mehr, oder? Da ist auch noch einster Goliath. Ah, okay. Ja, das schaffst du ja wohl alleine. Nein, aber ich glaub mal, du kannst schon... Nicht jeder mal, ja? Ja, ich auch, Batsch. Ich hab schon wieder so wenig Schuss. Ich muss ja hochklettern. Ah, Goliath, verpiss dich! Ich will die Gegend hier... So, wer will mitgenommen werden? Ich komm mal. Musst mir den Weg ansagen, ja? Ja, ja. Ich glaub, du musst hier einfach nur links raus... WAKE FOR ME! HERE! Hier so durchfahren, oder was? Nee, 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 nicht durch das Lagerdurch. Da links runter, da wo Poki gerade rumlaufen ist. Und den Goliath wird sich hinterher schleppen. Kannst du da über die Brücke überhaupt drüber? Nee. Aber ich kann's versuchen, aber das wird schwierig. Ach so, da ist... Ach doch, doch, da ist ja noch... Da müsste man draufspringen! Äh... So, da. Ja, so ein bisschen. Ach so! Was macht der da oben? Nein, dann... Dann musst du einmal... Das hat... Der Schattel, der Schattel, der Schattel... Ha ha ha! What the fuck! Woah! What? Ja, wahrscheinlich! Okay, ja, wir haben keinen Sinn. Das war... So. Ja, dann musst du einmal kehrt wenden. So, dann wieso und dann hochjumpen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Vielleicht... Hä, was? Mit sehr viel Skill. Mit sehr viel Skill. Da fahrt durch das Lager. Da fahrt durch das Lager die Klippen runter. Ja, richtig. Ja, genau. Wo? Da durch das Lager, da, warte. Da, da wo ich hinwolle lang. Und dann hier links. Ja, da wo ich lang wollte. Nein, du kannst doch da unten lang! Neee! Ja, kannst du auch. Das ist wirklich deutlich einfacher gewesen. Ich trau dir nämlich jetzt auch zu, dass du zielsicher in die Lager reinjumpst. Oh Gott, ich seh nix. Ah! Ich seh nix. Ich seh nix. Ja, klasse! Wird das was? Ja, ich wollte eigentlich... Da ist noch Geld! Guck mal! Oh mein Gott! Okay, wir sind nicht in der Lager. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ich fahr das wie lange! Wir sind noch nicht in der Lager. Das ist echt nicht. Alles easy! Das war jetzt mehr Lager als irgendwas. Und da, da ist alles. Ach so. Dann stecken wir einer hier aus. Was? Ja, wir müssen sowieso. Ja, wir müssen sowieso nochmal drehen. Wir müssen das Ding öffnen. Huiii! So. Das ist Cliff Jumping. Guck mal hier, da hast du so. Pfff. Garde. Es ist gerne eine Explosion. Wir werden ja nicht mehr gelaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube Toki ist auch auf WhatsApp und wäre ausgestiegen. Beziehungsweise, ne? Der ist einfach den Fastiel so gewohnt. Der kennt das gar nicht anders. Ne? Das ist hier nämlich ein Geländewagen, ja? Auf jeden Fall. Wichtiger Defender. Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Huiii! Ja. Gerade Secret Passage, die haben nur durchlaufen. Und vielleicht ist die gar nicht mal so Secret. Hä? Ja. Ich hab hier einfach mal sitzen. Chris weiß nicht, was das macht. Ja. Wo ist das? Ja. Chris weiß halt, wie das er tut. Boah. Ich fand's lustig. So, ich bin jetzt aber... Ja, du hast sogar die ganzen Lacher gehört, ne? Ja, hab ich auch. Alle. Ja, klar. Ja, klar. Go, go, go! Jup, 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 jup. Guck mal die guten Häusern. Wenn du mir wenns vorher gesagt hättest, dass du aufm Weg bist dahin, dann wär ich ja schon losgefahren. Puh. Ja, das... Kann ich ja sagen oder nicht? Alter, das ist voll geil. Ja, diese Räder sind verlustig. Zu, 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 zu. Oh! Was machst du da nochmal? Ich steh gegen Andi! Was soll? Warte mal hier ist ja noch... Da muss ja noch irgendein Secret Dingens sein, ne? Da in der Mitte. Ah! Secret Ding in der Mitte? Wollen wir da mal reinfahren? Da gehts noch rein. Wir gehen erst mal die Quest ab und dann fahren wir da rein, ja? Ich glaube da... Ich glaube da gehen wir zwar... Klopfen wir mal an. Ne, ne, ich jump da hin und dann fahren wir da rein. So, einmal aussteigen. Wo will der jetzt nicht denn die Gliedmaßen ins Randpappen? Das würde ich auch echt gern sehen. Diese Gliedmaßen sind eindeutig die besten! Menschheit, ich komme! Hallo, ich bin ein Mensch! Ich nehme Nahrung zu mir und ich begehre Dinge! Ich habe Kreditkarten und eine Frau, über die ich nichts empfinde! Ja, dann! Ah, ja! Hi! Mir ist eins klar geworden! Ah, besiege mal! Das muss mir noch töten! Was? Das ist doch toll! Voll geil! Oh! Äh, der macht der Mensch? Oh! Oh! Das hat weh getan! Moment! Mensch! Halt! Ich habe Schmerzen gefunden! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Dieser Kampf hat richtig Spaß gemacht! Komm jederzeit wieder, dann wiederholen wir das! Okay! Okay! Aber das war jetzt die Chris-Dreihe, oder was? Wahrscheinlich! Offensichtlich! Das war ja ganz smooth! Aber ich will doch fahren! Ah, Bild abfahren? Ja! Stell mal aus! Shit! Chris will fahren! Ah, ich jump uns jetzt da rüber! Ich bin ja auch Kommando hier! Ich habe hier das Kommando, ja? Weißt du überhaupt noch, wo es hingeht? Voll easy! Ja, ja! Mhm! Erster Jump! Komm, da kann man voll easy hinfahren! Okay! Wie viel musst du bezahlen? 23.000! Ah, wie easy man da hinfahren kann! Ja gut, aber hier ist ja nichts mehr! Hier ist ja geblockt! Ah, da müsste man jetzt natürlich drüber springen können! Das wird schwierig! Ja, klar! Da wo wir gehen! Ja, das ist voll langweilig! Ja, ja! Du fährst da noch ein bisschen gegen ihn, ne? Hallo, Iridium Extraction! Achso, hier habe ich eben den letzten Ding sie geholt! Den hat immer so kommen! Ja, und der Kau... Ah, jetzt liebst du es zu kaufen! Das ist Cheating, Lukas! Ah, eine Fairbank! Sniper! Oh, mein Gott! Oh mein Gott, macht der Schaden! Oh mein Gott, macht der Schaden! Oh mein Gott, macht der Schaden! Junge, Junge! Ja, der Sniper! Ja! Ah, man kann völlig schicken! Und hab das gemacht! Ja! Eben waren hier keine Gegner, das ist doch... Wir lassen Bad-Assen verloben! Oh Gott! Ja, die haben sich gedacht, der Lugiboy, wenn wir da jetzt einen machen... Die shippt er einfach nur weg! Boah, schuldig! Ich weiß nicht, was ich bewegen kann! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Oh mein Gott! Ist denn der Sniper jetzt eigentlich tot? Ja, der Sniper ist tot! Hallo! Hallo! Woa, 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 woa! Da ist aber noch einer! WTF? Oh mein Gott! Bye-bye! Oh mein Gott, macht der Schaden! Headshot! Das war ein bisschen krass, das Sniper wäre! Ich hab den gerade... Irgendwie zu liegen geheadshotet, oder? Ja, vielleicht auch mal... Das ist ein bisschen cool, das Sniper sind... Ich hab ihn mit einer Agete geheadshotet... Was? Blue Sniper! Was willst du von mir? Ich hab irgendeine Waffe mit bis 3000% Damage statt... Deck... Das ist ein 300-fach, oder? Das... Ja, guck mal! Komma-Zeichen entdeckt! Oh, und die hat fast 50% mehr die... Sie! Aber ich glaub ja jeder von uns... Die Waffe... Na gut, wenn ihr mir nicht... Habt ihr auch die Autotrack-Ding drüber? Wenn ihr mir nicht zuhört... Ja, das war jetzt halt schon... Ja... Äh... Ja, hab ich... Im gleichen Moment muss ich allerdings sagen, dass an der Waffe dransteht, würde ich dich behüten... Ah, auf jeden Fall mach die Schaden... Ah, die... Ich würde mir den SGT-Loader da hinten lassen... Was? Nice, danke... Hä, das ist halt... Kannst du mich jetzt wenigstens recht kretzen kommen? Ähm... Scheiße... Achso... Ja, ich dachte ich wäre jetzt schon komplett kretzen... Das fühlt sich halt auf das... Halt durch! Halt durch! Halt durch! Halt durch! Halt durch! Ja, gut, aber wie gesagt... Wenn ihr mir nicht zuhört... Müsst ihr ja das Kammer-Symbol... Müsst ihr ja... Ne... Müsst ihr ja auch gar nicht haben, ne? Halt durch! Halt durch! Halt durch! Halt durch! Ganz schwer zu finden! Ähm... Ich weiß gar nicht wo es ist! Scheiße, du bist so neulich... Ja, du hast gewacht! 5... Fünf... 50% meine Liebe, ja? Ja, du hast... Was steht an der Waffe dran? 50% Liebe... Und 3000% Schaden... Und die macht sogar, glaub ich, mehr Schaden als meine Meinung... Was sind die? Fakt ist Shit... Erinnertens... Tötere Renditen für die Piran Cooperation... Achso... Monster Mix... Warum haben wir schon wieder ne... Quest... Waren wir da unten schon? Das kann ja wohl gar nicht sein... Macht die denn längstens ein bisschen Damage, die Waffe? Äh... Das ist 3000% Damage, ja? Wie macht die Damage? Also mir jedenfalls... Chaos Botschaft... Dämonenjäger... Äh... Was machen wir denn sonst? Das ist mal eine Frage, ne? Eine Frage... Weiß ich nicht... Weiß ich nicht... Nochmal der verlorene Schatz... Dämonenjagd... Sind wir hier fertig in dem Gebiet? Oder Monster Mix? Ja, hier sind wir fertig... Dies ist korrekt! Ja, dann gehen wir doch... Ja, eins... Eins davon, ne? Ja, richtig... Die sind halt alle im anderen Gebiet nicht... Nehm jetzt einfach mal irgendeins, ne? Ich kann ja sagen... Wir sollten noch so... Ne halbe Stunde vielleicht machen... Den Riesen-Scan will ich treffe... Den Riesen-Scan? Okay... JOLO! Riesen-Scan... Ja, was ich mich dort... Leuchten kann ich auch vielleicht... Einfach runterjumpen... Ja, ja... Los, Bulldust... Quarry... Quarry... Ähm... Ja, dann müssen wir aber mal zu einem Portion kommen... Ach, Tucki! Tauschen... 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 So, wo, wo... Super... Ansage... Oh mein Gott... Ähm... Hier? Rechts... Ja, da ist schon richtig... Da einfach die Straße entlang... Und dann gleich links... Die Straße richtig... Jetzt... Jetzt... Nein... Jetzt... Jetzt... Wie so'n kleines Kind, ey... Bei der Reise in der Gorde... Du bist schon da... Du bist schon da... Du bist schon da... Jetzt... 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 Oh, das ist noch ne... Wie sich da... 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 Da ist ein Van... Da ist insbesondere da... Der... 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 Noch... Eine... Noch... Du weißt... Was du machen möchtest... Du möchtest hier rauslaufen... Oder möchtest du... Auf die Schienen springen unten... Okay... Wie beim letzten Mal... Ja, genau... Oh, da kommt's ja wirklich einer... Richtiges Mal... Wir müssen ja übrigens hier rechts rum, Mann... Oh, selbst nach Zeck... Wir müssen gar nicht in dieses Gebiet voller... Ah, rechts rum, okay... Oh, mein Gott... Oh, hier... Oh, hier... Oh, hier... Oh, hier... Oh, hier... Ja, voll macht übrigens leider nicht... Nicht... Nicht so viel Schaden... Das ist aber sehr überraschend... Ja... Wenn er als Text dran steht... Ich würde dich ja niemals gelügen... Das ist ja... Also noch 50%... Toll... Leute, kommt mal her... Ich hab wieder... Ich hab wieder was gefunden... Oh, nein... Also... Er will... Ihr müsst nicht unbedingt herkommen... Aber es ist ein schöner Grafikfehler... Wie man wieder ankreiden kann... Oh... Ich dachte... Ich dachte wir sind wieder irgendwas am Sammeln oder so... Ja... Hier... Guck mal... Na... Blunt! Hm? Wer findet... Na, wir haben ein Loch... Na... Nice... Und da hat keiner erwartet, dass er überhaupt irgendwer in die Ecke nimmt... Nice... Das muss... Sowas muss nicht sein, liebe Spieler... Wissen wir auch, wenn wir hier auswärts haben? Ach ja... Hääääääääääää... Guck das an... Voll geil... Aber ich... Aber ich will den nicht... Ich will den nicht löten... Aber der war so süß Ihr habt ja gar nicht so viel Zeit mit dem verbracht wie ich Wer ist immer mit dem Gassi gegangen? Hat den gefüttert Das sind die Vögel, die Bauer, Alter Was hat er gesagt, das Gebiet? Wir haben auch Vögel gegeben, ja Er ist ein paar Würmer, du scheiß, Alter Oh mein Gott Achso Nee, das ist okay Das mach ich Wer hat auch ein bisschen Leben Warum kann der jetzt Laser schießen auf einmal? Warum sind die Banditen, die uns angreifen, statt dieses Wesen kriegt? Ich geh direkt nicht, das ist auch ein Ich hab direkt nicht gefeiert Okay, lass mal nicht über die Türken, ich bin nett Ich mach den Fleisch Alter, was macht der Fünfte zu Laser? Ich mach den Fünfte zu Laser Ja, ich schieß da drauf, aber Aua Also ich sehe, dass ich sollte dem theoretisch Damage machen, aber Ach, Schlauze Ja, wenn er die Schlauze aufreißen, mach ich den Schlauze Ja, da ist er Der Laser ist echt nicht so lieb Wenn ich sterbe auch LOL LOL What? Was macht der da? Oh, da ist ein bisschen Hallam rumschrauben Nicht einer retzen? Ich versuche auch irgendwie, nah auszukrabbeln Da ist der Schlauze Oder hier der Moradeur? Ah, ja, okay Du hast viel losgegangen Alter, was geht denn ab bei dem Tee? Warte ich hier, das kann man nicht Nein, okay Ach, stehe ich auch Ich hab mich ja jetzt da Aber ich hab ein peißiger AP Also Dann warten wir ein Schild Wenn ich stream mich einmal an Pups, dann bin ich tot Solltest du auf seinem Hintergrund wegbleiben Mal sehen Das klingt kein Schaden von mir Und so Bei uns in den Kopf treffen Na bis 10.000 Schau Bei uns in den Kopf treffen Und bei uns in den Kopf treffen es geht nur noch nicht Verstehen Bei uns in den Kopf treffen Manchmal fällt einer lustig Aber macht er aus Noll, was ist das denn jetzt? Oh 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 Ich kann da hin, oder? Guck mal. Guck mal! Guck mal wie weit! Was ist denn jetzt eigentlich weiter? Was ist denn da? WTF, Alter? Ich seh jetzt doch mal! Wooh! Mh, da wird's ja. Bemedio! Woh! Man wird hinten zur Kackbank gehen jetzt. Ach, ich hab den Kino. Aaaaah, ich hab den Kino. Ja, jetzt auf einmal, ne? Glaub dem kein Wort. Ich bin der Einzige, der zu dir gehalten hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so. Außerdem ist es echt schon was her. Der Einzige. Der Einzige, der zu dir gehalten hat. Das war das Vier, ja. Ja, das ist nicht. Oh, da ist noch ein Bett. Ich glaube, der Große war auch nicht Level-Ding. Ja, der war Level-Dreißig. Da war Level-Dreißig. Da war Level-Dreißig schon gestorben. Und er hat uns alle zu vernichten. Ja, war schön. Da war so ein Bossfight für zwischendurch. Da war so ein kleiner Bossfight. Das geht, aber relativ flott, ne? Das war keine halbe Stunde, würde ich behaupten. Bison-Bison hatte gehabt. Das, äh... Das ist richtig, das waren sieben Minuten. Nein! Chris, ich habe hier eine recht coole Kommando-Mod, glaube ich. Ja, dann... Kannst du den ja gleich mal traden. Ja, ich kann ja kaufen. Ich weiß nicht mehr. Oh, weiß. Hey, jetzt ohne mich hoffahrt dann... Das ist nicht der eigene... Lukas ist schon einmal. Ja, warte ich habe ich dann... Lukas, ich bin doch... Hier unten habe ich auf dich gewartet, ja? Ja, ja, Chris. Das ist Lüge. Chris wollte mitfahren. Aber ich bewege mich immer zum Porto. Ja, gut, dann können wir ja hier einmal... Nein, das nehmen wir noch, als nichts heute. Nee, das war mir doch noch nicht. Oder das da? Okay. Nee, das ist die Quest. Ja, Moment. Ja, wir haben die Hauptquests jetzt noch. Wir haben auch wieder eine Quest in The Dust, ne? Ja, scheiße, das ist die Roboter für Dust. Ja, das ist dann fürs nächste Mal. Danke.